So, der Kerl ist wieder hier am rumrödeln. Wir haben gerade ein paar nette Rentner getroffen da hinten. Der Kerl genießt seine Zeit gerade. Spielt ein bisschen mit seinen Steckchen. Da hinten hat er Wasser. Die Sonne scheint. Heute haben wir echt schönes und angenehmes Wetter. Nein, nein, Jeff, komm her. Der Kerl hat schon irgendwas in der Nase. Ey, hierhin! Komm hierhin! Seht ihr, wie lange er braucht? Komm hierhin, hierhin! Komm hierhin! Mach Sitz! Was soll die Kacke, Herr? Gehst du wieder in der Gülle rum schnuppern? Mach Platz! Mann, 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 Mann! Der Kerl zieht auch wieder einen Duft hier entgegen. Hier haben sie frisch in der Gülle drauf gemacht. Ja. Dass man immer so schreien muss, Menschen ist Kinder. Kann ich nicht einfach sagen, Jeff, würdest du bitte hierhin kommen? Und dann kommt er... Und dann kommt er... Komm, geh! Geh! Geh ab! Aber nicht aufs Gülle füllt. Die Kacke, die Kacke, die Kacke, die Kacke, die Kacke, die Kacke, die Kacke... Untertitelung des ZDF, 2020